Frisch und munter zurück zu einem weiteren Part hier in Lego Herr der Ringe, Lord of the Rings, auf dem Kanal Rappelzappel. Oh, jetzt ist aber noch dieselbe Frage, wo kriegen wir jetzt die restlichen beiden Teile für Frodo her? Eine Frodo müssen wir auch noch ausstatten. Weil ich kann ja mal auf Frodo wechseln, und dann kann ich die Teile mit ihm auch gleich einsammeln. Er hat Stich. Leg dich nicht mit Stich an. Können wir hier was machen? Nee, können wir auch nicht machen. Gib mir mal Sam. Der ist ja jetzt verkleidet. Vielleicht kommt er daran vorbei. Nee. Mach man da. Man sagte bekanntlich, es gibt für alle eine Lösung. Hier finde ich sie momentan nicht. Ich denke mal, das hat was hiermit zu tun. Guck mal, Frodo, da hat er gleich mal ein paar Klatschen verteilt. Wir müssen was finden. Wie wir hier weiterkommen. Ich denke mal, hier geht das weiter. Aber dazu müssen wir da oben vorbeikommen. Können wir das Ding drehen? Können wir das Ding drehen? Hm. Also das hätte ich gesagt, Katapult. Und dann werden wir da nämlich schön rüber geslidet. Ah, was ist denn hier unten? Hier muss doch auch irgendwas, irgendwas muss doch hier zu machen sein. Können wir hier hinten rein? Ist etwas zum Reingehen? Nee, ohne sich zu bauen. Das Ding können wir auch nicht abholzen. Okay, finde ich eigentlich sehr schade. Die hat da drinnen eine Kobel. Das sehe ich von hier. Wir haben aber auch nichts, wo wir könnten hier buddeln. Da oben sehe ich auch nichts, wo wir uns können ranhängen. Ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen überfragt. So kommen wir nur da rauf. Können wir hier schaukeln? Nee, das würde auch nicht springen. Irgendwas müssen wir übersehen haben, Freunde. Was sind die hier? Nee. Irgendein Detail. Der duscht hier immer noch. Na ja, mit Gollum kommen wir hier nicht weiter. Die Kisten können wir auch nichts machen. Können wir auch nicht schieben. Nichts. Frodo, hast du eine Idee? Den aus der Dusche rausziehen. Nee, bringt auch nichts. Das muss hier mit... Das hat hier mit was zu tun. Hier können wir auch nichts schieben. Na geil, oh. Bist du die hier? Ja, das ist auch nichts. Wollt ich das Ding wieder abbauen? Nee, da können wir auch nichts machen. Ey, na sag mal, das gibt's doch echt nicht. Von da kommt das hier Soxe nur raus. Muss doch hier irgendwo weiterhin. Da ist was kaputt gegangen. Das ist ja Sache für Gimli hier. Das war zu bauen. Muss irgendwas mutig übersehen haben. Das kann... Das kann's doch nicht sein. Wir kommen da oben auch nicht dran vorbei. Das ist doch... Ach. Der Mantel. Ja, der Mantel. Freunde. Ach. Das ist doch nicht klar. Das ist doch nicht. Steinhammer. So. Jetzt können wir mit ihm da auch durch. Was ist das hier? Ein Totem? Einen Helm? So, jetzt brauchst du nur noch eine Brust, Frodo. Guck mal, der hat ein Hämmerchen. Oh, 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 oh. Das ist ja so ein Hammer, wie ich Dings auch hat. Komm, dann lass mal nochmal runtergehen hier. Da kann man bestimmt was machen. Ne, schade. Ah, der Hammer ist geil. Wenn wir mal was coolet. So, Sam, dann müsste ich dich mal bitten, dass du mal bitte dein Feuerchen machst. Krieg ich die Messer hier noch ab? Nee, leider nicht. Komm, Sam. Die Rüstung fehlt uns noch. Man hätte früher darauf kommen können, mit dem Mantel stimmen. Damit können sie sich ja unsichtbar machen. Ja, guck mal, jetzt können wir hier oben auch wieder schön aufräumen. Wahre Abenteuer. Ja, 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 ja. Siehst du, jetzt können wir hier auch die Dinger aktivieren. So, Taler brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kämstlich wieder wahre Abenteuer haben wir schon. Ja, jetzt baut sich hier die Spinne auf. Oh, gib mal Frodo. So, schön mit dem Hammer. Ach, kik mal, dafür gibt es auch eine Kiste. So, jetzt hier noch. So, und in einem Ding, da muss natürlich die Späterrüstung drin sein. Das riechigt doch schon. Rezept. Oh, ich hab die Kiste nicht. Nein. Nehmen wir zurück. Gut, dass die nicht verschwinden. So, jetzt haben wir sie. Eine von zehn. Oh, hier haben wir einen Megastein gekriegt. So, hier muss jetzt aber das Ding drin sein. Hier, das fehlende. Ja, wenn ich noch nicht springen würde. So. Da ist es doch. So, zieh an, Frodo. Sehr schön. Jetzt haben wir es. Frodo, auf geht's. Hey, das war jetzt eine schwere Geburt, Freunde, ey. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es jetzt so kompliziert wird. Bis nach Mordor geschafft. Das ist er. Das ist er. Das Auge. Das Auge. Ungesehen kommen wir da nie durch. Na los. Jetzt sehen wir erst mal zu, dass wir da runterkommen. Was? Kiris und Ghul. Mhm. Frodo Orgverkleidung. Sam Orgverkleidung. Okay. Chakrat. Aber freigeschaltet. Okay. Okay. Da sind wir ja bald durch, Freunde. Ein Kickbar. Eine Million haben wir schon. Sehr gut. Eine Million Steinchen. Entwurf freigeschaltet. Warte mal diesmal. Mitrileisbogen. Oh. Oh, können wir uns alles herstellen. Können wir uns alles bauen. Zwei. Drei. Sehr gut. Drei Ständchen. Jetzt haben wir schon 27 Stück. So. Wie lange nehmen wir schon auf? 13 Minuten? Nee, komm. Das machen wir jetzt hier noch. Wollen wir mal nicht so penibel, die auf die Uhr glitzen, wa? Das Auge sieht alles. So. Jetzt aber mal hier. Butter bei der Fische. Jetzt geht's rund. Aber erst mal abspeichern, wa? Ah, nee, ist die Schnellreise. Kartenstatue entdeckt haben wir ja auch schon lange nicht mehr. Hier ist Unghul. Ja, jetzt geht's in den Dings rein. Vor allem sind wir schon wieder fertig. Dann haben wir die dritte Story auch durch. Wir können auch gleich mal ein bisschen zu, äh, Gundelf wechseln. Bei Gundelf waren wir ja auch schon lange nicht mehr. erst mal alles kaputt machen. So wie immer. Na ja, dann denk ich mal... Ist das jetzt hier die finale, äh, die finale Folge, Freunde? Finale Freund... Oh Gott. Finale Folge. Wurde ich mal ein bisschen länger machen. Hier kommen wir nicht weiter. Wenn man das Auge sehen würde. Ja, ja, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Darum müssten wir wechseln. Oh, da oben ist ein Stein. Kick mal, kick mal, kick mal, kick mal. Da oben ist ein Stein. Da kommen wir nur mit Gollum ran. Na geil. Dann lass mal Legolas nehmen. Uh, 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 uh. So. Isengard. Wir sind immer noch in Isengard. Ach so. Geht mal, da oben ist die Drecksratte. Grima Schlangenzunge. Wieso gehen wir da jetzt nicht hin? Warum machen wir das nicht? Ich würde sagen, das machen wir im Nachhinein, wa? Machen wir die Story. Wir müssen... Wo müssen wir hin? Eduras. Angriff der Waage. Warum müssen wir da hin? Nee, wir müssen hier hin. Wir müssen hier hin. Zeit nicht verfügbar. Zielort festlegen. Ja, da müssen wir doch hin. Wird das lang? Ach, dazu müssten wir hier rinkommen, wa? Schade, ich dachte, die können also rinspringen. Wir müssen uns doch mit dem Zauberer unterhalten. Haben wir den Kinn? Gandalf, steck mal ab. Nee. Wir können doch jetzt nicht nochmal zurück zu den Wagen. Oh, hier liegt ein Stein. Oder was? Nee. Hier oben geht's weiter. Dann bringen wir mal mein Pferd. So. Schattenfell. Ja, dann müssen wir doch hier lang. Aber verstehe ich ja nicht. Wo reiten wir denn jetzt hin? Ja doch, guck mal. Da hinten ist richtig. Doch, richtig. Ach ja, stimmt. Die Kugel. Das ist doch noch nicht ganz das Ende. Können wir doch nochmal ne Folge draus machen. Ey, dieses scheiß Kabel hier. Leise. Ich sehe dich. Pippin. Hilfe. Gandalf. Nerrscher Tuck. Gandalf. Was hast du gesehen? Da war ein weißer Baum. In einem Hof aus Stein. Er war tot. Sauron plant einen Angriff auf die Stadt Minas Tirith. Sie müssen gewarnt werden. Das werden sie. Ich reite nach Minas Tirith. Und ich werde nicht allein gehen. Rohans Volk muss kriegsbereit sein. Und Rohan wird antworten. Die Heerschau soll beginnen. Versammelt das Heer in Dunhark. So viele Männer wie sich finden lassen. Reiten wir nach Gondor. Und in den Krieg. Lauf Schattenfell. Zeig uns, was Eile heißt. Mary! Ja, da kommen wir nach... Ach doch. Doch, 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 doch. Geht mal. Jetzt müssen wir da hinlaufen. Oder was? Jetzt ist gut? Jetzt könnten wir. Nee. Da können wir noch nicht hin. Okay. Das heißt, wieder zurück zu... Ja, nehmen wir Legolas. So, was hat er jetzt hier für Probleme? Jetzt müssen wir hier lang laufen. Oh, hier können wir wieder was kaputt machen, wa? Aber nee, das hatten wir ja schon mal. Gehen wir mal weiter in der Story. Und dann würde ich sagen, nö, komm, machen wir mal jetzt hier Feierabend. Und machen wir in der nächsten Folge weiter. Bin auf jeden Fall gespannt, weil das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ey, das ist ja, das ist mir ja voll peinlich. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Stimmt, das geht ja noch eine ganze Weile weiter. War jetzt gerade verwirrt gewesen, weil Frodo und Sam da schon vor dem Berg standen. Das ist ja echt ein Ding, wa? Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube, in der nächsten Folge seid ihr wieder mit dabei. Hinterlasst ein bisschen Liebe, ein bisschen Feedback auf meinem Kanal. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen und im besten Fall noch über ein Abo freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses schaut. Bis derweil. Zers, Freunde.